Spielefakten. Hast du das schon gewusst? Die Wunderland-Welt in Kingdom Hearts basiert auf dem Disney-Film Alice im Wunderland. Und in dieser Welt gibt es einige vertonte Zwischensequenzen, was aber auf den ersten Blick gar nicht ungewöhnlich ist. Ich bin auf der Tatsache. Aber warum? Was interessant ist und man vielleicht gar nicht weiß, in der englischen Fassung des Spiels wird Alice von Catherine Beaumont gesprochen. Schon im Jahr 1951, als der Film Alice im Wunderland erschien, war sie die Stimme von Alice. Also über 50 Jahre, bevor das erste Kingdom Hearts veröffentlicht wurde. Im Jahr 2023 ist Catherine Beaumont mit 85 Jahren übrigens die letzte lebende Person, die eine Sprechrolle im Alice im Wunderland-Film hatte. Und obwohl sie sich eigentlich als Synchronsprecherin zurückgezogen hat, nahm sie noch vereinzelt Sprechrollen an. Für die computeranimierte Serie Alice's Wunderland Bakery hat sie im Jahr 2023 auch eine Gastrolle eingesprochen. Hut ab!